Serena Williams blieb dem Münchner Publikum nicht lange erhalten bei ihrem ersten Auftritt, denn die Jüngere der beiden Tennisschwestern machte kurzen Prozess mit Silvia Farina aus Italien. Im ersten Satz setzte es gar die Höchststrafe 0 zu 6. Hier kommt der Satzball. Im zweiten Durchgang hielt Farina kurzzeitig Mitte. Sie ja die erste Italienerin seit langem, die sich für das Saisonfinale qualifizieren konnte. Dann aber zog die an sieben gesetzte Serena davon und hatte schließlich unter den Augen von Boris Becker Matchball. Am Ende also ein leichter Sieg für Serena, deren Schwester Wienes ja verletzt hatte, absagen müssen. 6-0, 6-2 das Resultat. Jetzt spielt sie gegen Huber oder Inna.